Willkommen zu unserem ultimativen Guide zu den besten selbstreinigenden Katzentoiletten. Du hast genug von unangenehmen Gerüchen und dem ständigen Reinigen der Katzentoilette. Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video zeigen wir dir die innovativsten und effizientesten Modelle, die dir das Leben erleichtern und für eine glückliche, saubere Katze sorgen. Bleib dran, um dein perfektes Modell zu finden. Willkommen zu einem weiteren Produkttest auf unserem Kanal. Heute werfen wir einen genauen Blick auf die UBiPAD C10 selbstreinigende Katzentoilette. Für alle Katzenbesitzer, die nach einer praktischen und hygienischen Lösung suchen, könnte dieses Produkt genau das Richtige sein. In diesem Video geben wir euch einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile sowie einige ehrliche Kundenmeinungen. Bleib dran, um herauszufinden, ob die UBiPAD C10 euer nächster Kauf sein sollte. Die UBiPAD C10 sticht besonders durch ihre fortschrittliche Technologie hervor. Mit zehnt integrierten Sensoren sorgt sie dafür, dass eure Katze jederzeit sicher ist. Diese Sensoren erkennen Bewegungen und stoppen das Gerät sofort, wenn euer Stubentiger die Toilette betritt. Ein weiteres Highlight ist die App-Steuerung, mit der ihr die Katzentoilette bequem von überall aus kontrollieren könnt. Automatische Reinigung, warnte Reinigung oder der Nicht-Stören-Modus – alles lässt sich individuell einstellen. Besonders für Haushalte mit mehreren Katzen ist diese Funktion Gold wert, da die Katzentoilette bis zu sechs Katzen unterstützt. Ein oft unterschätzter Aspekt bei Katzentoiletten ist die Geruchskontrolle. Und hier punktet die UBiPAD C10 besonders. Nach jeder Reinigung wird der Abfall in einen geschlossenen Raum transportiert, der unangenehme Gerüche effektiv isoliert. Zusätzlich wird ein spezielles Desodorierungsmittel verwendet, das Ammoniak zersetzt und somit Gerüche bis zu 92,7% reduziert. Dies ist nicht nur angenehm für euch, sondern auch für eure Katze, die sich in einer sauberen und geruchsfreien Umgebung wohler fühlen wird. Abschließend lässt sich sagen, dass die UBiPAD C10 eine hervorragende Wahl für alle Katzenbesitzer ist, die Wert auf Hygiene, Sicherheit und Komfort legen. Die Kombination aus moderner Technologie, einfacher Bedienung und effektiver Geruchskontrolle macht diese selbstreinigende Katzentoilette zu einem echten Game-Changer. Zwar gibt es auch kleinere Schwächen, wie die Möglichkeit, dass sich bei ähnlichem Gewicht der Katzenfehler bei der Identifizierung einschleichen können, doch insgesamt überwiegen die Vorteile deutlich. Wenn ihr also auf der Suche nach einer zuverlässigen und praktischen Lösung seid, die euren Alltag erleichtert, solltet ihr die UBiPAD C10 definitiv in Betracht ziehen. Vergesst nicht, den Link in der Videobeschreibung zu checken und eure Meinung in den Kommentaren zu teilen. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Produkttest auf unserem Kanal. Heute werfen wir einen genauen Blick auf das NeaCasa M1 Katzenklo. Dieses selbstreinigende Katzenklo verspricht, die tägliche Pflege für Katzenbesitzer erheblich zu erleichtern. Durch die Kombination von modernem Design und innovativer Technologie stellt sich die Frage, ist die NeaCasa M1 wirklich so revolutionär, wie sie behauptet. Lassen Sie uns das gemeinsam herausfinden. Das auffälligste Merkmal der NeaCasa M1 ist zweifellos das offene Design. Anders als bei vielen herkömmlichen Katzentoiletten, die seitlich oder oben geschlossen sind, bietet diese Katzentoilette eine großzügige, offene Fläche, die das natürliche Verhalten der Katzen fördert. Viele Katzen bevorzugen diese Freiheit, da sie sich sicherer und weniger eingeengt fühlen. Darüber hinaus ist das Gerät mit einer automatischen Selbstreinigungsfunktion ausgestattet, die nach jeder Nutzung aktiviert wird. Diese Pull-and-Wrap-Technologie schließt den Abfall sicher in einem Beutel ein und verhindert unangenehme Gerüche. Ein großer Pluspunkt, besonders für Haushalte mit mehreren Katzen. Ein weiteres Highlight der NeaCasa M1 ist die Integration der Steuerung über eine App. Hier können Besitzer die Nutzung der Katzentoilette überwachen und wertvolle Einblicke in die Gesundheit ihrer Katze erhalten. Die App sendet Benachrichtigungen, wenn das Streu nachgefüllt werden muss oder wenn es Zeit ist, den Abfallbehälter zu leeren. Für Katzenbesitzer, die viel unterwegs sind, bietet dies ein hohes Maß an Flexibilität und Sicherheit. Zusammengefasst bietet das NeaCasa M1 Katzenklo eine durchdachte Lösung für die alltäglichen Herausforderungen eines Katzenbesitzers. Mit ihrem offenen Design, der automatischen Reinigung und der App-Steuerung liefert sie beispiellosen Komfort und Hygiene. Wer auf der Suche nach einem innovativen, benutzerfreundlichen und vor allem katzenfreundlichen Produkt ist, sollte die NeaCasa M1 definitiv in Betracht ziehen. Wenn Ihnen dieses Review gefallen hat, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Produkttests zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Produkttest auf unserem Kanal. Heute werfen wir einen genauen Blick auf die AstroPad selbstreinigende Katzentoilette. Wenn ihr Katzenliebhaber seid und nach einer praktischen Lösung für die tägliche Reinigung der Katzentoilette sucht, dann bleibt unbedingt dran. Diese Katzentoilette verspricht nicht nur einfache Handhabung, sondern auch eine Vielzahl an Sicherheitsfunktionen und eine bequeme Überwachung über eine App. Doch an Sie diesen hohen Erwartungen gerecht werden? Finden wir es gemeinsam heraus. Ein herausragendes Merkmal der AstroPad Katzentoilette ist der vierfache Sicherheitsschutz. Dank der Kombination aus Infrarotsensor, Gewichtssensor, Bernalarm und Überlastungsschutz wird die Sicherheit eurer Katzen jederzeit gewährleistet. Besonders praktisch ist der automatische Selbsttest beim Einschalten, der sicherstellt, dass alles einwandfrei funktioniert. Zusätzlich könnt ihr über die App nicht nur den aktuellen Zustand der Katzentoilette überwachen, sondern auch Benachrichtigungen erhalten, wenn es Zeit ist, den Abfallbehälter zu leeren. Für Haushalte mit mehreren Katzen ist das ein entscheidender Vorteil. Ein weiteres Highlight ist die innovative Desodorierungstechnologie. Die Toilette ist nicht nur luftdicht verschlossen, um Gerüche fernzuhalten, sondern sie nutzt auch UV-Sterilisation und Ozonzersetzung, um eine hygienische Umgebung zu gewährleisten. So bleibt die Luft in eurem Zuhause frisch, selbst wenn ihr mehrere Katzen habt. Mit einem Fassungsvermögen von 68 Litern bietet diese Katzentoilette ausreichend Platz, um mehrere Tage ohne Reinigung auszukommen. Und das Beste, der Betrieb ist extrem leise, was besonders für geräuschempfindliche Katzen ideal ist. Zusammengefasst bietet die AstroPet selbstreinigende Katzentoilette eine hervorragende Mischung aus Sicherheit, Komfort und Technologie. Ihr spart nicht nur Zeit bei der Reinigung, sondern sorgt auch für eine saubere und sichere Umgebung für eure Fellnasen. Wenn ihr auf der Suche nach einer modernen, smarten Katzentoilette seid, die eure Arbeit erleichtert und gleichzeitig das Wohlbefinden eurer Katzen gewährleistet, dann ist dieses Modell definitiv eine Empfehlung wert. Vergesst nicht, uns eure Meinung in den Kommentaren mitzuteilen und den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Produkttests zu verpassen. Willkommen zu einem weiteren spannenden Testbericht. Heute werfen wir einen Blick auf ein innovatives Produkt, das das Leben von Katzenbesitzern revolutionieren könnte. Die Lala Home selbstreinigende Katzentoilette RealScooper Pro. Diese automatische Katzentoilette verspricht, Ihnen nicht nur Zeit und Mühe zu sparen, sondern auch das Wohlbefinden Ihrer Fellnasen zu verbessern. In diesem Video werden die Funktionen, Vorteile und eventuelle Schwächen dieses Hightech-Geräts beleuchtet. Was macht den RealScooper Pro so besonders? Zunächst einmal ist es die automatische Nachfüllschale, die sicherstellt, dass immer ausreichend frisches Katzenstreu zur Verfügung steht, ohne dass Sie manuell nachfüllen müssen. Dies ist besonders praktisch für Vielreisende oder Berufstätige, die nicht ständig die Katzentoilette im Auge behalten. Die schaufelfreie Rechentechnologie und die integrierte Geruchskontrolle sorgen zudem dafür, dass die Toilette stets sauber und geruchsfrei bleibt. Ein echter Pluspunkt für jede Wohnung. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die App-Steuerung. Mit der Lala Home App können Sie den Füllstand des Katzenstreus, Abfallmenge und die Nutzungshäufigkeit Ihrer Haustiere überwachen. Alles bequem von Ihrem Smartphone aus. Besonders in Haushalten mit mehreren Katzen bietet die Katzentoilette durch ihren großzügigen 88L-Fassungsvermögen und die integrierten Sicherheitssensoren eine ausgezeichnete Lösung. Die leise Arbeitsweise mit nur 45 dBi stellt sicher, dass Ihre Katzen nicht gestört werden. Insgesamt bietet die Lala Home selbstreinigende Katzentoilette RealScooper Pro eine beeindruckende Kombination aus Komfort, Effizienz und Sicherheit. Für Katzenbesitzer, die eine zuverlässige und wartungsarme Lösung suchen, könnte dieses Produkt eine lohnende Investition sein. Es spart nicht nur Zeit und Mühe, sondern sorgt auch dafür, dass Ihre Katzen immer ein sauberes und angenehmes Umfeld haben. Wenn Sie auf der Suche nach einer modernen, benutzerfreundlichen Katzentoilette sind, könnte der RealScooper Pro genau das Richtige für Sie sein. Willkommen zu einem weiteren spannenden Testbericht. Heute werfen wir einen Blick auf ein innovatives Produkt, das das Leben von Katzenbesitzern revolutionieren könnte. Die Lala Home selbstreinigende Katzentoilette RealScooper Pro. Diese automatische Katzentoilette verspricht, Ihnen nicht nur Zeit und Mühe zu sparen, sondern auch das Wohlbefinden Ihrer Fellnasen zu verbessern. In diesem Video werden die Funktionen, Vorteile und eventuelle Schwächen dieses Hightech-Geräts beleuchtet. Was macht den RealScooper Pro so besonders? Zunächst einmal ist es die automatische Nachfüllschale, die sicherstellt, dass immer ausreichend frisches Katzenstreu zur Verfügung steht, ohne dass Sie manuell nachfüllen müssen. Dies ist besonders praktisch für Vielreisende oder Berufstätige, die nicht ständig die Katzentoilette im Auge behalten. Die schaufelfreie Rechentechnologie und die integrierte Geruchskontrolle sorgen zudem dafür, dass die Toilette stets sauber und geruchsfrei bleibt. Ein echter Pluspunkt für jede Wohnung. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die App-Steuerung. Mit der Lala Home App können Sie den Füllstand des Katzenstreus, Abfallmenge und die Nutzungshäufigkeit Ihrer Haustiere überwachen. Alles bequem von Ihrem Smartphone-Haus. Besonders in Haushalten mit mehreren Katzen bietet die Katzentoilette durch ihren großzügigen 88L-Fassungsvermögen und die integrierten Sicherheitssensoren eine ausgezeichnete Lösung. Die leise Arbeitsweise mit nur 45 D bei stellt sicher, dass Ihre Katzen nicht gestört werden. Insgesamt bietet die Lala Home selbstreinigende Katzentoilette RealScooper Pro eine beeindruckende Kombination aus Komfort, Effizienz und Sicherheit. Für Katzenbesitzer, die eine zuverlässige und wartungsarme Lösung suchen, könnte dieses Produkt eine lohnende Investition sein. Es spart nicht nur Zeit und Mühe, sondern sorgt auch dafür, dass Ihre Katzen immer ein sauberes und angenehmes Umfeld haben. Wenn Sie auf der Suche nach einer modernen, benutzerfreundlichen Katzentoilette sind, könnte der RealScooper Pro genau das Richtige für Sie sein. Das war unser Vergleich der besten selbstreinigenden Katzentoiletten. Wir hoffen, dass Du nun genau weißt, welches Modell am besten zu Dir und Deinem Stubentiger passt. Denk daran, eine saubere Toilette bedeutet eine glückliche Katze und weniger Stress für Dich. Wenn Dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal für noch mehr Tipps und Tricks rund um Deine Katze. Bis zum nächsten Mal!